Haben Sie sowas hier schon mal auf der Straße gesehen? Es ist kugelsicher und soll schon bald deutschlandweit im Einsatz sein. Aber was bitteschön ist das? Kleiner Tipp, für Sie und für mich könnte dieses Ding so einem echten Problem werden. Immer öfter entdecken wir am Straßenrand diese futuristisch aussehenden Gebilde. Mit ihren grau-weißen Platten sehen sie aus, als hätten sie im Straßenverkehr nichts zu suchen. Wir hören uns auf der Straße um. Haben Sie das schon mal gesehen? Ich habe ein Kunstwerk, ja. Oder ein Stuhl. Das ist ein unglaublich schnelles Fahrrad. Hm, auf der einen Seite sehen wir auch noch eine abgedunkelte Scheibe. Um herauszufinden, was sich dahinter verbirgt, treffen wir den Hersteller. Vertriebsleiter Boris Wagner will es uns an einer vielbefahrenen Straße erklären. Auf einmal steuert er das Fahrzeug, nur mit einer kleinen Fernbedienung. Wozu ist das Ding nun gut? Das ist eine Anlage für die Geschwindigkeitsüberwachung, im Volksmund auch Blitzer genannt. Ein Blitzer? Ein Blitzer? Bin ich ja begeistert. Also ein Blitzer im gepanzerten Anhänger. Das Neue daran? Die Anlage kann mehrere Tage vollautonom am Straßenrand arbeiten, ohne dass jetzt ein Mitarbeiter der Polizei oder des Obstungsamtes hin muss. Außerdem ist sie mobil und damit unabhängig. Schlecht für Raser, gut für unsere Sicherheit. Die Stahlabdeckung über Anhängerkupplung und Rädern verhindert, dass jemand an das Innere kommt. Hinter Heckklappe und Panzerglas der gefürchtete Blitzer. So, Sie haben hier unser neues Messsystem. Das ist der Blitz. Sie kennen das, wenn Sie schnell fahren, werden Sie rot geblitzt. Das ist der Blitz dazu. Mit acht Akkus kann er ohne Stromanschluss fast überall stehen. Und er hat etwas, was kein anderer hat. Dieses Fahrzeug verfügt über eine Pulverlöschanlage. Wenn entweder Feuer ausbrechen sollte, weil Feuer gelegt wird, im Fahrzeug oder es außen herum sehr heiß wird, dann löst diese aus. Das wird alles dann einschlauben, sozusagen, wird bedeckt mit kleinen Kügelchen. Danach können Sie es wieder reinigen, absaugen und weiter geht's. Blitzer abfackeln ist leider keine Seltenheit. Damit der Minipanzer auch nur die Raser ablichtet, richten Projektleiter Oliver Köhl und sein Kollege die Messung ein. Die Blitztechnik selbst unterscheidet sich nicht von denen anderer Blitzer. Bei dem direkt angeschlossenen Laptop gibt's gleich das Ergebnis. Wir sehen jetzt hier, mit welcher Geschwindigkeit die durch die Messung fahren. Die ist halt jetzt auf Spur 1 mit plus 34 kmh. Und hier sehe ich halt auch, mit welcher Uhrzeit er da durchgefahren ist und so weiter. Der Blitzer breitet einen Laserteppich über der Fahrbahn aus und erfasst Fahrzeuge gleichzeitig über mehrere Spuren. Neben der Geschwindigkeit erkennt das Gerät auch, wenn Lkw auf einer Fahrspur unterwegs sind, für die sie eigentlich zu breit sind. Auch dann gibt's ein Foto. Die Geschwindigkeitsbegrenzung geben die Techniker am Laptop ein. 30 km pro Stunde. Erlaubt sind hier eigentlich 50, aber wir wollen das Gerät testen. Unsere Redakteurin lässt sich blitzen. So, jetzt haben wir hier auch ihr Foto. Sie sind hier mit Tempo 50 durch die Messanlage durchgefahren. Erlaubt waren 30 für Pkw's. Und darum haben wir jetzt hier ein sehr schönes Foto von ihnen bekommen. Der Anhänger bleibt die nächsten Tage hier. Aber wir wissen immer noch nicht, was es mit der skurrilen Form auf sich hat und wozu die Panzerung gut ist. Wir fahren zur Herstellerfirma. Dort erklärt uns Boris Wagner den Sinn dahinter. Wenn Sie gegenhauen, hören Sie, es ist sehr solide. Diese starken Metallregierungen, die wir hier verarbeiten, sind sehr schwierig zu biegen. Die geraden Flächen sind steil ausgeprägt. Dadurch ist es schwer, dass jemand auf den Anhänger selber ihn besteigt, drauf rumhüpft, ähnliches dergleichen. Durch die Verkleidung bis zum Boden ist er auch von unten geschützt. In Deutschland, aber auch in Nachbar europäischen Staaten ist durchaus eine gewisse Kreativität vorhanden, wenn es darum geht, solche Systeme außer Kraft zu setzen. So lassen Autofahrer nämlich ihre Wut an Blitzern in Deutschland aus. Das neue Modell ist sogar schusssicher. Auch das hat einen Grund. In Frankreich muss man sagen, noch anders als in Deutschland ist es durchaus in manchen Gegenden im Südfrankreich, am Mittelmeerraum durchaus sehr häufig, dass dort Schusswaffen eingesetzt werden, um solche Geräte außer Kraft zu setzen. Deshalb stehen schon 280 Stück in Frankreich. Bei uns sind es knapp über 40. Tendenz steigend. Aber wie bewerten die Leute den Blitzer, die mit ihm arbeiten? Wir wollen von Polizeihauptmeister Uwe Bartelt, von der Verkehrspolizei Brandenburg, wissen, ob der Anhänger tatsächlich Vorteile gegenüber Standardblitzern hat. Super Teil. Stellen Sie sich mal mit einem Messfahrzeug. Bei dieser Hitze, an dieser Stelle, das halten Sie nicht zwei Stunden durch. Das ist jetzt wieder der Anhänger, der Vorteil, der kann warm werden. Der schwitzt nicht, der arbeitet weiter. Aber der Beamte, für den wird es unerträglich. Also tatsächlich eine Erleichterung. Daten und Fotos landen entweder per Modem auf einem Server oder auf einer Festplatte, die dann ein Beamter vom Anhänger abholt. Wir fahren zur Dienststelle und wollen wissen, wie es dann weitergeht. Aber auf der Festplatte sind keine Fotos, sondern nur lange Zahlen und Buchstabenreihen. Mehr geht nicht. Der Rest wird aus Datenschutzgerinnen nur in der Bußgeldstelle Grand See geöffnet. Wir sind dazu hier nicht mehr in der Lage. Ohne speziellen Chipschlüssel kommt keiner an die Daten. Ein mobiler Hochsicherheitsblitzer ist im Land. Man muss überall mit ihm rechnen. Er steht dort, wo Menschen es nicht aushalten und feste Blitzer unmöglich sind. Die Polizei ist begeistert und die nächsten Blitzer sind schon bestellt.